500 YouTube-Abo-Menten, 50 Regis-Ritte mit Glieder und ein Grund zum Feiern. 505 Abonnenten und in Form haben wir 50 Mitglieder, das ist eigentlich ein Grund zu feiern. Hi, moin, hier ist er, der Himi. Genau, es gibt einen Grund zu feiern. Zum 31. Januar 2022 habe ich mit meinem YouTube-Kanal 500 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und im BMW-Forum r1250r.de gibt es mittlerweile 50 registrierte Mitglieder, die auch fleißig mitschreiben. Also da, die Entwicklung ist top. Und zur Feier des Tages, ihr seht, ich habe da schon einen Stuhl bereitgestellt. Wir erwarten noch einen Gast und ich hoffe, dass er jetzt in den nächsten, keine Ahnung, paar Minuten eintreffen wird. Ist schon mal alles soweit vorbereitet. Und ja, freuen wir uns auf den Gast, der jetzt kommt. Herzlich willkommen, Thomas. Nimm Platz. Setz dich. Ja. Hallo Thomas. Schöne Weste. Ja. Ja. Was sagst du zu der Entwicklung hier? YouTube-Kanal und BMW-Forum. Was hältst du davon? Ist schon nicht schlecht. Äh, geht das vielleicht ein bisschen euphorischer? Nochmal für die Zuschauer, was sagst du dazu zu der Entwicklung? Na gut. Naja, so kann man das mal ungefähr stehen lassen. Ja, okay. Erzähl mal ein bisschen was über die weitere Planung oder wie es dazu gekommen ist, so insgesamt die Entwicklung. Ja, genau. Ja, ich sag mal so, also seitdem ich die Motoflogs, ach so, in die Kamera gucken, seitdem ich die Motoflogs mehr mit der, oder ausschließlich jetzt mit der BMW mache, hat der Kanal doch ordentlich zugelegt. Im Vergleich zu den Vlogs von, mit der Yamaha MT-10, ähm, bescheidene Aufrufe, bescheidene Kommentare, also die Anzahl bescheiden, also nicht die Kommentare selbst. Und, ähm, das jetzt im Vergleich mit der, mit der neuen R 1250R, da ist schon ein Unterschied. Also, da ist das Interesse doch wesentlich größer. Ja, 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 sehe ich auch so. Also, in dem Sinn, wir machen weiter so und, ja, ich brauchst ja eigentlich gar nichts sagen, oder sagst du vielleicht nochmal? Ja, genau. Also, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte unten abonnieren und am besten auch die Glocke aktivieren, damit ihr zukünftig keine Videos mehr von uns verpasst. Also, bis dahin, bye, bye, tschüss, euer Hemi und der Thomas. Bis dann, tschüss, macht's gut. Wir machen weiter, genau. Wir lassen uns durch nichts beirren. Bis dahin, bis bald, euer Hemi und der Thomas. Bis dann, bis bald, euer Hemi und der Thomas. Bis dann, bis bald, euer Hemi und der Thomas. Bis dann, bis bald, euer Hemi und der Thomas.